Willkommen zurück zu SimCity Build It. Ihr seht, hier haben wir einige Sachen hergestellt. Mein Lager platzt fast. Ich sammle erst mal das hier ein, denn wir haben hier etwas, nämlich Kriegsgüter. Ich habe jetzt einiges an Sachen gegeben und habe natürlich auch einiges bekommen. Ich werde hier das Monster, den Kraken zweimal angreifen. Einmal hier mit der Komikant und mit dem fliegenden Wuh-Roboter. Und das Gute daran ist, das gibt es auch als Aufgabe. Ich habe bisher 5400 Punkte geholt. Hier, 32. Platz. Und ich würde sagen, spielen sie Katastrophen gegen das Monster. Zwei Stück. Dann nehmen wir erst mal die Komikant. Und Aua. Einfach niedergequetscht. 100 von diesen Kriegspunkten bekommen. Hier. 100 von 300. Dann bekommen wir die hier. Und dann machen wir noch das hier. Den fliegenden Wuh-Roboter. Und los geht's. Wow. Spektakulär. Wir haben eine Kiste. Tausend von diesen Kriegssimulions. Womit ich, glaube ich, leider nichts anfangen kann. Ja, die Aufgabe wäre geschafft. Die Saison ist fast vorbei, weshalb wir auch doppelte Punkte bekommen sollten. Ja, ich glaube schon. Und dann habe ich noch Pariser Gebäude. Irgendwie habe ich noch gehofft, dass wir noch so eine Aufgabe bekommen mit eine Katastrophe auslösen. Aber scheinbar nicht so ganz. Können wir das wieder einsammeln? Produktiver Bäcker. So, hier haben wir ein Pariser Gebäude. Fehlt ein bisschen Gewürz und Zucker und diese Tiernahrung. Und Fischkonserven davon werden wir auch gleich noch eins herstellen. So, dann holen wir uns mal einen Stahl und gehen gleich mal rüber. Das lasse ich erst mal so sammeln wie die Punkte ein. Das habe ich mir auch irgendwie erhofft, dass irgendwie Bergbereich erweitern kommt. Oh, Katastrophen auslösen. Ja gut, das werden wir auch gleich machen. Gleich lösen wir noch eine Katastrophe aus und vielleicht kommt dann noch Bergbereich erweitern. Das könnten wir nämlich jetzt und würden das natürlich dann auch machen. Ich würde gerne den Grund wissen. Die Mützen. Aber es muss doch noch einen anderen Grund geben. Ah. Ja, ich bin kurz davor, mein Stadtlager zu erweitern, aber... Es fehlt natürlich noch ein Schloss. Vielleicht ist es ja hier drinnen. Nein, nur Geld. Aber das kann ja auch nicht schaden. Gut, dann geben wir wieder zurück in die Hauptstadt. Und dann gucken wir mal, was für eine Katastrophe wir machen können. So. Lösen Sie Katastrophen aus. 0 von 1. Dann... geht's los. Nein. Ja. Nein. Nein. Nein, okay, wir können nur Erdbeben machen. Und los geht's. Nein, nicht die Hochhäuser. Leute, nein. Tut mir das nicht an, nicht die Hochhäuser. Warum die Hochhäuser? Warum... nein. Ach, Mann. Das waren so schöne Hochhäuser. Na, egal. Mein Lieblingsgebäude steht ja noch. Ich find's cool. Das sieht... das sieht cool aus. So, dann hätten wir das auch. Und dann gucken wir mal. 25. Von 32 auf 25 hoch. Ja. Ähm... Frostfjordgebiete müsste ich mal gucken. Lieferung nach London. Ah, das braucht noch Zeit. Frostfjordgebiete. Müssen wir mal nachgucken. Okay. Das sollte hier eigentlich ganz leicht sein. 5, äh... 4 Samen, 4 Holz, 4 Plastik, 2 Fische. Also... 1... 2... 3... Ah... Verdammt. Unser Stadtlager ist voll. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das machen würde. Aber ich muss es. Ist das absolut claim? Who was? 3... Dann... machen wir mal... das Frostfjordhaus... Wundengebiet... Nein! Ah! Verdammt! Mann! Ah! Machen wir jetzt einfach das, damit ich wenigstens noch die Punkte bekomme. Noch eine Katastrophe auslösen. Genau. Rein in den Exportzentralen abschließen. Ah! Aber können wir auch noch nicht machen. Erst morgen ist das möglich. Na gut, dann müssen wir noch einen Tisch herstellen. Und für den Tisch brauchen wir eine ganze Menge Sachen. So. Nein, hier. Zwei Nägel, ein Brett, ein Hammer. Ah, ich habe hier sogar noch einen Boost drinnen. Die brauchen noch eine Minute, okay. Also, machen wir erst mal zwei Nägel. Ja. Die sind vollkommen verschwendet. Aber, wir haben halt 39 noch davon. Da will ich auch keine Lama- oder Schildkröten-Tempomarke nutzen. Weil wir davon nur wenig haben und die hier halt nur sehr langsam hergestellt werden. 20 Sekunden noch, okay. Können wir ja mal gucken, was hier fehlt. Okay. Wenn wir jetzt mal gucken, was hier ist, wird eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber ich glaube, ich mache es erst mal nicht. So, dann brauchen wir, äh, warum haben wir keine Stahl hier? Und dann brauchen wir noch ein, was war es, zwei oder ein Brett? Ein Brett, okay. So. Dann machen wir hier nochmal Stahl rein. Und dann, äh, ist die Folge auch schon um, Leute. Ich weiß, etwas kurz. Nee, das mache ich später. Etwas kurz, ich weiß. Normalerweise sind es so 15 bis 20 Minuten. Das liegt daran, dass wir gleich jemanden besuchen. Und, ja. Deshalb habe ich nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.